So, servus YouTube, ich habe hier eine kleine Überraschung für meine Abonnenten oder für die Leute, die das Video gerade schauen. Und zwar habe ich, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, ja genau, 3 Kis zum Verlust oder Verschenken zum Raushauen, sagt man es mal so. Und eure Aufgabe ist ganz einfach, oder dieses Video, entweder eine Videoantwort, oder, haben wir es über die Kommentare, oder, ne wir machen es Videoantwort, genau. Eine Videoantwort, von mir aus auch mit Gameplay oder Facecam, ist mir relativ Latte, darunter zu posten, warum gerade ihr den Key haben sollt. Ich werde es jetzt bis zum Montag, Montag, ja bis zum Montag, ich lasse es bis zum Montag laufen. Und ab Montag mache ich dann, zack, quasi Einzeldischluss, ja. Und dann werde ich einen von euch raussuchen, und derjenige bekommt dann diesen Key. Welche Keys ihr bekommt, das seht ihr unten in der Videobeschreibung, da sind die Spiele einmal aufgeführt, das sind nur 3 Stück, also 2, einmal, ja doch, 2 Origin und 1 Stinky. Und, ja, ich hoffe, es machen viele Leute mit, würde mich natürlich freuen, und wir sehen und hören uns dann, entweder beim nächsten Let's Play, oder bei der nächsten Philosophie. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, oder gute Nacht, bis dahin, tschüss. Achso, viel Spaß noch, ne, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.